Hallo und Willkommen zu einer Folge Wobocraft. Es ist schon über ein halbes Jahr her, dass ich Wobocraft gespielt habe und aufgenommen habe. Aber jetzt bin ich wieder da und Wobocraft hat sich komplett geändert. Erstmal musste ich... habe ich einfach so mal 25 Protonium-Kisten öffnen müssen. Ok, müssen hört sich immer komisch an, aber ich musste wirklich die öffnen, bevor ich die Grafik- und Sound-Einstellungen eingestellt habe. Das sah 4 zu 3 Auflösung und Sound war übertrieben laut. Deswegen konnte ich das leider nicht aufnehmen. Aber ich musste einfach... ich habe einfach 25 Protonium-Kisten bekommen. Ich weiß nicht warum. Könnt ihr vielleicht in den Kommentar schreiben, ob das irgendwie, wenn man lange nicht spielt, so ein Willkommen-Zurück-Bonus ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach so viele Kisten bekommen. So, ich habe meinen Roboter komplett umgeändert. Äh, umgeändert. Nicht verändert. Ok. Das ist jetzt Kampf-Arena. Ok. Das haben wir auch geändert. Oh, ich bin direkt angeschossen. Wo ist der? Ich sehe ihn nicht mehr. Wie war es nochmal? Markieren-Kuh? Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall muss man wahrscheinlich wieder erobern. Wie letztes Mal. Äh, wie damals. Ich sollte mal ein bisschen besser äh. Was? Ich habe Absurd. Ich habe keine Räder. Darum kann ich mich nicht mehr... äh, keine Beine mehr. Ich habe keine Waffen. Da sind fast nur Flugzeuge, ne? Ich bin auch im Spiel nicht mehr so doll. Obwohl ich habe mehr Punkte als mein ganzes Team. Was... was passiert? Teilweise ist hier keine Robocraft gespielt. Roboter wahrscheinlich total unoptimiert und trotzdem... ... bin ich oben. Kann sein, dass das Spiel etwas zu leise ist. Aber ich habe gedacht am Anfang, ich mache das Spiel lieber etwas zu leise. Als, äh... erst die Raketen abschließen. Als zu laut. Achso, Fässer. Ach, nicht F drücken. Nicht F. Boah, ich soll... ich soll mal ein Treffen hier. Ah, ich treffe nichts mehr. Das Spiel... das Aim ist bei mir weggegangen. Warum ist nur 3 gegen... 5? Warum? Ist da halb... mein halbes Team schon direkt diskonoptiert? Mein Beine gehen schnell kaputt. Das ist ein bisschen... unwünstig. So. So. So, der Vegan ist eigentlich nicht schlecht. So. Ich habe alles eingenommen. Ich sollte kurz in Deckung bleiben. Bis nicht kommt, dass ich viele bin. Da ist ein Feind. Da oben. Fuck daneben. Ich schade, mein... Weil Gunding ist kaputt, immer schnell ein Ja, ich bin ziemlich kaputt, aber ich habe ihn gekillt Player ist disconnected, braucht man Gegner Von uns ist Was muss ich in der Mitte machen? Ich glaube ich muss in der Mitte beschützen Danke, dass du mich gerettet hast Ja, da konnte ich nichts machen Ich muss erstmal, wenn ich die Runde fertig habe, mich genau informieren, wie das jetzt genau ist So, das ist noch gleich Dass man die Mitte kaputt machen muss Okay, aber was hat das mit den komischen Raumschiffen zu tun? Kriegen wir mal irgendwie, wenn ein Raumschiff da ist Keine Ahnung Erklärt es mir, ich weiß es nicht Aber ich muss euch in der Mitte Ich weiß es nicht Es ist einfach Ich weiß es nicht Ich habe nicht Ich sollte mal mehr drauf achten. Ich sollte mal gucken, wo ich hinlaufe. Ich sollte mehr da drin bleiben, damit ich auch einen nehme. Gut. Okay, wenn der das einnimmt, yes. Jetzt müssen wir zum Angriff ansetzen. Aber den müssen wir noch killen. Ah, hat er nicht geladen. Nee, du nimmst das nicht ein. Nein, 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 nein. So geht das aber nicht. Komm, direkt frontal drauf. Ich seh das schon. Oh, der ist direkt nah. Ich dachte, er war weiter weg. Mein Energie ist knapp. Ich bin dort. Bleib mal Kollegen. Sie müssen mit angreifen. ja ich habe fast das doppelte ist der zweite platzierte ja das hat nicht so viel schaden gemacht weil also ich auch erst nicht kurz nade kratzen was so war das denke ich erst bei den hinteren da habe ich noch gekippt da jetzt muss ich mich nur reparieren ich hoffe kein gegner kommt und tötet mich ist er voll eingenommen ja komm alle dinge sind eingenommen ich renne mal einfach so ein gegner base durch den tisch greife ich nicht an der sieht mich ja noch nicht einfach einfach weg machen die reihe ist weg alarm alarm teile ich hier an ah lol ich werde sterben ich fahre doch genau davor ok interessant jetzt verstehe ich das 14 kills viermal gestorben ja ist ganz nett ne schaden 18.000 bg noob hackers meinen die ich hacke ok bekomme ich jetzt ne schöne kiste ok ja weiter genau von diesen kisten musste ich bevor das spiel gestartet ist 25 stück glaubt es waren das aufmachen ich habe da auch etwas legendäres bekommen ich glaube ich habe ein screenshot gemacht vielleicht blende ich das hier ein wenn ich das schaffe weil ich daran denke so auf jeden fall einfach mal 25 stück 25 stück aber es war alles so 4 zu 3 schlechteste grafik ever übelst übersteuert laut deswegen konnte ich das leider nicht aufnehmen sonst hätte ich das gemacht so hier haben wir die ganzen alten roboter kam auch jede menge meldungen dass dies und jenes geändert wird so inventar vielleicht sehen wir mal etwas legendäres das habe ich das bekommen kann sein das habe ich auf jeden fall bekommen emp modul das hat das ding jetzt gesagt und etwas 100 wird eine währung kann das sein 100.000 davon habe ich glaube ich bekommen als legendary ja aber ich habe keine ahnung vom spiel ich habe keine ahnung was das hier ist wir haben vorhin kampf arena gespielt sehr ähnlich wie damals nur ein bisschen verändert naja könnt ihr gerne kommentare da lassen und ich gucke mal ich glaube das könnt ihr nicht sehen genau ich habe einfach 25 protonium kisten bekommen die würden eigentlich 8,99 kosten warum ich das jetzt so bekommen habe keine ahnung hatte ich auf einmal naja würde mal sagen ihr könnt gerne oben links sind ja ein abosymbol könnt ihr gerne abo da lassen wenn ihr möchtet rechts habt ihr zwei videos zur auswahl aber da sind wahrscheinlich ältere videos weil wie gesagt ich habe ein halbes jahr keine videos gemacht das ist jetzt das erste video was jetzt rauskommen wird und ja da rausgekommen ist wenn ihr das sieht würde mal sagen bis dahin tschau